Wildbach-Kreuth 2016. Sieben Konzeptpapiere von Europapolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik bis zur Außenpolitik. Natürlich mit dem Megathema Flüchtlingskrise. Top Gäste, die Bundeskanzlerin und CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel, der britische Premier Cameron und viele, die uns als Experten zur Verfügung standen. Es war wieder einzigartig und wir als CSU bestimmen die politische Agenda 2016. Untertitelung des ZDF, 2020